Herzlich Willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Ich bin der Ram und heute spiele ich Catelyn als ADC. Mit dabei sind der Knopex und der Leos. Und jetzt wollen wir mal schauen wie das ganze so läuft und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Naja haben wir doch schon in der Tasche hier. So, was haben die? Alles klar. Wenn Riven nicht gefeedet wird dann... Gar keiner von denen darf wirklich gefeedet werden. Kein Tank. Ja. Also Riven geht dann so ab Minute 30 mit pushen. Das ist jetzt schon. Wenn sie dazu kommt. Macht man eigentlich immer als Riven, wenn man es fühlen kann. Nachher mal ne schöne Malfight Ulti kommt, dann geht er scharf. Und wir dürfen halt nicht in einer Reihe stehen wegen der Miss Fortune Ulti. Das ist so wichtig. Also nach Möglichkeit nicht irgendwo im Jungle richtige Teamfights machen nachher. Ich habe Malfight mit der Ulti. Ich habe einen Stun. Ja genau. Eigentlich ja. Und kommst du auch ganz gut durch bei der Combo. Nur nicht von der Morgana oder auch festhalten lassen, dann passt das. Noch eine Außerungskammer. Irgendwer sollte schon schaffen die zu unterbrechen. Ich habe das Werkstatt für den Job. Achso. Nimm den. Äh. 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 Ah. Scheide. Sag mir mal an, wenn du Stacks ready hast, ja? Jo. Sag mir nicht. Ich hab ja erstmal so lange im Busch, dass ich keine Stacks mehr habe. Dass du keine Stacks mehr hast? Ja, nur so, wenn ich Stacks wieder habe. Aha. Ich hab wieder einen. Ich hit den an. Das, was ich gemacht habe. Das, was ich gemacht habe. Okay. So. Das, was ich gemacht habe. Lass ihn einfach machen. Ah, ist nicht dran. Lass mal vorgehen, wenn du willst. Jo. Stell da mal, oder warte, mach ich. Ruf. Warte, lass gleich machen, okay? Wenn die Bischweine zu uns ist. Jo. Harry ist tot. Nice, okay. Kommt wahrscheinlich gleich hin zu mir. Sie sind dann am besten in die Falle da rein. Jo. Sag, wenn du deine OP... Ja, warte. Jetzt hab ich einen Quit. Komm mal. Schön. Jo. Das hat mal gut geklappt. Jo. Wollen wir die Flash noch probieren zu holen? Wie war das? Naja, ich bin ziemlich low durch. Na gut, schon durch. Den trifft sie auch noch nicht. Irgendwas an? Ach, ich verstehe das dran nicht. Ne. Ich merk das. Macht aber nichts. So, ich geh auf jeden Fall erstmal back. Komm mit. Oh ne, lohnt sich nicht. Ja, bei mir schon. Ich kann mir ein riesen Schwert holen. Ja. Eine heiße Spur. Ich will erstmal safe. Ich geh nicht so auf Schaden jetzt. Am Anfang. Aris weg. Aris weg. Pass auf. Neu. Das war früh. Das sind noch vier Leute da gewesen. Oh, und bei ihm müssen wir auch aufpassen. Der spielt mit Ignite, ne? Morgana ist hier unten im Busch. Das läuft mir hoch. Ja. Ich bin noch nicht. Wenn's schlechter, bin's schlechter. Oh. Ja, der ist gut. Ja. ich kann nicht raus und so Du bist außen, komm mit, ey. Du musst nicht kommen. Ich bin sogar zurückgegangen. Ist voll low gewesen. Ich geh auch nochmal back. Halbes Mana, weniger Hälfte wie Leben. Ja, bei mir benutzt er schon. Ja. Verfehlen. Ich. Niemals. Morgana miss. Stimmt geworden gegangen denk ich. Komm bitte. Oh je, bei uns im Jungle wieder. Fällt mir nicht, das kann ich mir nicht. Hilf mir, hilf mir. Rant. Komm hol dir easy. Nein. Oh Gott, ich kann mich kommen. Kommt hoffentlich zu mir gelaufen. Nee, kommst du nicht, okay. Ich geh mal runter auf den Butlerheim wieder. Jo. Schade. Jetzt hätt ich gerne schon Ult gehabt. Ah, wir mussten ja schon zweimal back. Müssen auch aufpassen, die MF ist auch schon 6. Ja, aber ich war schlafen, ich war schlafen. Boah. Wo? Fällt mir nicht. Nee, nee, okay. Wie dran. Was war denn das jetzt? Das war das Black Shield. Nee, ich mein was anderes. Achso. Aber ja. Okay, net. Eifert. Eifert, Eifert. Du holst die Wundervor. Toi. Geh rein, geh rein. Nee, ich geh raus. Achso. Ich auch. Ist schlecht. Ich platziere mal hier in Pink-Rot. Verrug'n, kein Flash. Wir haben hier ins Deck. Ne. Nimmst du den? Ja, aber hab noch einen. Das üben wir aber nochmal. Ja, du musst die anhitten, dass ich das machen kann. Warum muss ich die anhitten? Das ist ein Support-Item. Wie, ich muss die anhitten, sonst kannst du hier nicht Last-Hitten, oder was? Also, du musst die anhitten, dass ich diesen Effekt kriege da schon mehr Damage machen und dass du noch Gold von denen kriegst. Nee, musst du nicht. Nee. Das zählt einfach nicht zu über Nahkämpfern, weil es so ein Nahkampf-Item ist. Das weiß ich. Ja, ja. Das weiß ich. Aber dass ich den anhitten müsste, wär mir neu. Das weiß ich nicht. Let's fahren. Okay, so, UDR ist weg. Was du? Ah, schade. So, ein Geek kommt nach oben. Von hinten. So, ein Geek kommt nach oben. 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 Das gibt's doch nicht. Oh. Nein. Ich war gar nicht aufwild. Alter, die Lack. Ich hab' den Lacken. 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 Du hast' den Lacken gegeben. Du könntest' hier hingehen. Den holen. Nee, das sieht's dir doch. Ah, wo ist denn da wieder? Zeit zum Filzen. Ja, da standen wir einfach eben zu nah. Ich hab' auch nicht aufgepasst wegen der blöden Ult. Dann alles und ineinander. Komisch aus. Oh, du bist alleine. Oh, die holen. Oh, die ist schon übergelegt. Ja, aber ruhig. Okay, ist wieder da. Fuck. Nee. Hä? Die ist in der Mitte. Okay. Was müssen wir jetzt so machen? Ich weiß nicht warum jetzt von der Lacken losgedacht ist. Ich weiß nicht warum jetzt von der Lacken losgedacht ist. Das ist so schlecht. Nee, ich weiß nicht. Ari ist weg. Oh. Ich glaub' die machen den Drachen. Ja. Hast du nur ein Wort von Drake? Du. Du. Nee, mach' die nicht doch. Nee, Herold haben sie gemacht. Ja, da sind's aber gut bei. Mit Drakes Herold und so. Machen die alles ziemlich früh. Müssen wir nachher schon in den Baron aufpassen. Alter hat das reingehauen. Wir könnten'n Bot, nen'n Gank gebrauchen. Ah nee. Okay, ich muss erst mal in den Base gehen. Das war die MF-Ult. Ach. Das gibt's doch nicht. Ich lebe eine gute Verfolgungsjahr. Giedner wurde getötet. Bin ich übrigens noch? Komm' mal runter. Komm' runter. Pah, was ist denn da, Mann? Ah. MF hat Öl raus. Ach. Ich hab' den nicht bekommen, weil die... ...Model-Aid... ...nach Power geboren. I'm down here. Drake. Oh, pass' aber auf. Oh, die kommt. Okay. Der ist tot. Oh, ich bin doch recht gut. Nein, ey. Ich hab' noch einen Heal. Zack. Oh, warum klaust' ich mir denn? Wolltest du's machen? Ich hab' keinen Mana mehr. Oh, man geht's los. Muss mal weggehen. Ah, ich muss weggehen. Ja, geh' doch. Riven will mein Power. Guck'n, da ist ja vielleicht gut zu. Im Film. Ja, na klar. Die flauschigen Handschellen liegen zu Hause. Der hat keinen Flash. Der hat keinen Flash. Oh, ich bekomme Bottle in Besuch. Oder Drake. Warte, ich... Nee. Geht wieder zwei Meter. Ich liebe nicht da rein. Hier ist Miss Fortune. Ja, ja. Ich glaub' der hat wiederholt. Ja. Alles im Auge. Alles im Auge. Jetzt ganze Zeit auf am Mitteln alle. Ja, weil der Tower gleich da unten ist. Mach's mal. Ich glaube das Werkzeug für den Job. Ja, hier auch noch. Na dran. Na dran. Mein Gott. Na dran. Okay, ich bin halt. Okay. Der jetzt ein Double Peer gemacht hat. Schön. Was, der hat den Star-Mass-Uterlist? Okay. Was? Ich... Ich... Ich bin zu spät. Hä? Top Power. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Du musst auf jeden Fall die... Ult von der MF runterbrechen. Jupp. Ansonsten verlieren wir den Fight. Ich weiß nicht, dass er ein bisschen dumm von der, der mich in mich reingepickt hat. Naja, hat's im Fernseh gesehen, dass das jetzt so OP ist. Feld Support? Ja. Wer das nicht getroffen hat. Ari ist immer noch weg. Wow. Ja. Fangen wir so doch. Uhuhu. Blutrausch. Äh, Mensch. Ich bläst immer kurz ein Wort hier. Gute Idee. So, eine Tower ist noch keiner down, dann versuchen wir's. Ach, scheiße, kommt der Port. Nee, raus. Ach, griff der Finn. Einfach. Ja, einfach. Nein, weg. Einfach weg. Ach, scheiße, jetzt macht der einen Drag. Nein, 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 die kommt an, die kommt an. Ich halte dich so ein bisschen auf Track. Nein, der je macht einen Drag. Doch nicht. Kommt, die kommt, die kommt. Ja, das ist aber scheiße hier. Was ist denn das für Mist? Ja, das ist aber scheiße hier. Was ist denn das für Mist? Ja, na klar. Willi kommt auch. Verfehlen? Ich komm dir entgegen. Oh nein. Ah, scheiße. Ja. Alter, zu Luck. Puh, Luck. Das Wort kenn ich nicht. Scheiße, was war das, ey. Junge, Junge. Ich hab den gestern. Jo, war nice. Gerade rechtzeitig noch. Einer müsste mal top lane. Ich. Na gut, kann ich erst mal machen. Okay. Ich habe das Werkzeug für den Job. Schade, noch 25 Gold, ey. Mit Scheiße, wir brauchen zu viel Power. Ich bin mit der Rhythm an, hier. Als ob das... Oh, jetzt kann er ein. die haben auch schon zwei drags jetzt den nächsten sollten wir auf jeden fall machen nein was machst du doch ein das ist schlecht ich muss jetzt zackig weg hier na die machen bei und jetzt sind weg obwohl die machen alles so früh ne Riven ist top das ist aber nicht vorhanden da sind die Ari bleibt wir stehen und dann kann sie dann rufen wenn es gut läuft ja die kommt nicht machen ein bottle ach ne ein bottle ein toller ist wenn es gut bleibt ach die fache nicht überlebt sie nicht als ob die es nicht überlebt hat bye bye boah lol reicht auch nicht loliloy der boss power zack ja kommt hier nicht alle darunter jetzt kommen wir irgendwer hier mit mitte ja push da ist er erstmal garner erstmal weg da ist er noch ein bisschen gold geworben so komm jetzt gehen wir auch weg hier schon lieber eine heiße spur gegen drei ist ein bisschen viel kann ich mir einen rat nehmen die 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 gewalt mitte zwei ich komme auch Ja, bin unterwegs. Oh ja, hier brauchen wir auf jeden Fall Hilfe. Man steht hier unten, Vorsicht, von hinten. Nein! Boah, was kommt denn? Böhn. Baron. Wir haben alle viel zu wenig AP. Okay. Nein, den können wir machen. Da können Sie den machen, aber ich bin ja gleich zu tun, ich glaube egal. Darf mich immer so eine Angst davor haben, Baron zu machen? Ja, ich habe den für nichts gebildet. Dann muss ich nur ausweichen können. Flash, du solltest da rauskommen. Ja. So. 7 Sekunden sind's gut. Ach so. Ja. Fake. Brake. Brake. Ich liebe eine gute Verfolgung. Ja, ihr macht ihn schon. Kommen wir nicht mehr hin. Ja, doch. Er macht wenig Schaden, er macht wenig Schaden, schaff mal. Ja, stimmt, der ist nicht der Schnellste. Meine Bautotaten. Besten. Ja, da will ich sie anrennen. Lass mich. Nein, 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 nein. Na. War jetzt der dritte Drake für die. Mal pushen. So. Ja, ich geh nur noch einmal. Base. 2600 Volt. Genau. So. Und jetzt. Und jetzt. Machen wir mal. Riven ist beim Baron. Die geht jetzt back. Und Ari war bot. Machen wir mal. Die wird auch jetzt langsam backkommen. Wurzel sie. Da kommt die. Die ist Geschichte. Holz. Ich geh jetzt noch runter. Und dann wird der Flaschkang drin dran. Eigentlich ist das auch nicht passiert. Ja. So. So. Machen wir den Tower. Ich tanke. Komm, das Tower machen. Wir wissen, wir haben einen Tank. Danke. Da ist. Okay. Boah. Nein. 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 Nö. So. Und jetzt raus. 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 Oh. ja ich hoffe das game hat euch gefallen und wenn ja schaut mal wieder rein in diesem sinne bis bald euer ran